So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Foundry Tutorial. Ich hatte euch in den letzten Folgen so ein bisschen gezeigt, wie ihr mit Foundry VTT anfangen könnt. Heute wollen wir uns mal dem Kampf widmen und auch einigen praktischen Add-ons oder beziehungsweise Modulen, die wir installieren werden und wo ich euch einmal erkläre, wozu die gut sind. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich zeige euch erstmal die Geschichten, wie die hier aussehen und dann erkläre ich euch, wo ihr die findet. Zum einen ist mir wichtig, dass ich hier in diesem Kampfreiter, wo ich oben die Initiative habe, unten den Chat mit drin habe, damit ich direkt sehe, was hier im Kampf passiert und wer irgendwelche Angriffe startet oder die durchbringt oder wie auch immer. Kann ich gar nicht verziehen hier. So, die zweite Geschichte, die ich ganz gerne habe, sind diese Kreise hier um die Token, damit ich halt hier genau sehen kann, wer wie viel Energie hat. Eine Geschichte ist hier die Initiative für alle, weil hier brauche ich einfach nur einmal draufklicken und dann würfelt der direkt für alle, die in der Initiativreihenfolge sind, die Initiative und die Spieler müssen nicht alle alleine würfeln. So, dann habe ich hier noch eine Geschichte. Wenn ich hier drauf drücke auf die Token, dann wird mir hier oben immer eine Liste aufgemacht. Und da seht ihr, da sind die ganzen Geschichten drin, die der Charakter zur Verfügung hat. So, und jetzt habe ich euch einmal die ganzen Module als Webseiten aufgemacht, damit ich euch erkläre, wo ihr die findet. So, da haben wir einmal dieser Combat Chat. Der nennt sich auch Combat Chat. Ich hatte gerade gesehen, dass ich auch noch Combat Focus drin habe. Macht eigentlich genau dasselbe. Ich hatte beide installiert. Gab auch keine Probleme. Aber ja, Combat Chat macht es halt, dass ihr hier alles in einer Reihe habt. Ja, ladet euch das Modul runter, wenn ihr hier Combat Chat sucht, also Foundry Combat Chat, dann kommt ihr auf diese Seite und hier könnt ihr euch auch die Manifest URL raussuchen beziehungsweise kopieren, die direkt in euer Startmenü einfügen und dann lädt er sich Combat Chat direkt runter. Ja, gut. Dann fangen wir hier, machen wir weiter. Hier haben wir Combat Enhancements. Achso, genau, da hatte ich hier diese Geschichte. Das sind diese Kringel hier drum. Ich spule mal das Video zurück, weil da sieht man sehr schön, was das Ganze macht. Also zum einen kann ich hier die Initiativreihenfolge verschieben, wie ich möchte. Das ist ganz praktisch, falls sich da mal was ändert oder ihr euch vertan habt oder wie auch immer. Ihr könnt hier plus 10, minus 20 eingeben und errechnet dann halt automatisch. Das ist wohl offiziell auch nicht drin. Ja, und dann habt ihr hier halt diese Kreise, die sind, da meine ich auch drin, oder sind doch, das müssen die, das sind auch diese Kreise. Combat Enhancement, genau, Raylial Health Bar, Health Modification, Drag & Drop Reordering. Das habt ihr gerade gesehen. So, dann haben wir Dicetray. Hier, das habe ich ganz vergessen. Dicetray ist auch offiziell gar nicht drin. Habe ich mich erst gewundert, das ist diese Geschichte hier unten. Damit ihr hier, wenn ihr schnell würfeln müsst, zum Beispiel in W100er, braucht ihr nur draufklicken, rein, return und der ballert euch ein 100er raus. Ja, oder wenn ihr zwei-, dreimal draufdrückt, dann macht er halt 600er. Ne, oder hier ein 12er. Ja, das geht natürlich dann viel schneller, wenn ihr hier unten die, die, die Wahl habt. Hier könnt ihr auch im Vorteil würfeln, D20 im Vorteil und, ne, das habe ich irgendwie falsch angeklickt. So, jetzt müsste es gehen. So, da kommen beide. Seht ihr? Sehr, sehr schön gemacht. So, gut. Also, damit könnt ihr halt diese Würfelbar unten reinpacken. Dann haben wir hier die Group Initiative, die dazu sorgt, dass ihr hier oben dieses Feld habt. Habe ich euch ja gerade gezeigt, damit ihr die Initiative für die ganze Gruppe würfeln könnt. Ja, und dann haben wir noch Midi-Quality of Life Improvements. Ganz wichtig für Dungeons & Dragons, weil ihr hier die ganzen Automatismen drin habt. Heißt, ihr könnt hier einstellen, dass der Attacken selber rollen soll und dass er gucken soll, ob er trifft. Und wenn er trifft, könnt ihr auch einstellen, dass automatisch der Schaden gewürfelt wird. Ihr könnt aber auch einstellen, dass ihr selber auf Schaden würfeln drücken möchtet. Und dann wird der Schaden auch automatisch vom Gegner abgezogen. Und der guckt halt auch, ob ihr getroffen habt. Der guckt, wie viel Resistenzen der Gegner gegen welche Energien hat und solche Geschichten. Dieses Ding macht euch bei Dungeons & Dragons das Leben viel, viel, viel einfacher. Ja, hier geht es auch. Was geht denn hier auf? Hier geht es auch mit Konzentrationschecks, werden automatisch gemacht. Sollten die nicht geschafft werden, wird die Konzentration, fällt dann runter und sowas. Hier habt ihr die Dauer von Effekten und Zaubern und sowas werden automatisch gemacht. Also diese Geschichte hier macht euer Spiel bei Dungeons & Dragons automatisch. Ja, sodass ihr euch da als Game Master nicht mehr um irgendwelche Regeln kümmern müsst. Das ist das wichtigste Mod für Dungeons & Dragons. Und zweitwichtigste meiner Meinung nach ist halt hier dieses Token Action hat. Und das halt dafür sorgt, dass ich, wenn ich da draufklicke, hier meine ganzen Dinge ab. Da muss ich nämlich nicht immer hier meinen Charakterbogen aufmachen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass MIDI QOL die Würfe hier nicht rausnimmt und die dann zählt. Aber hiermit geht es eigentlich immer. So, jetzt wollte ich euch eigentlich einmal zeigen, wie man kämpft. Wir gehen jetzt mal den Gunnar nehmen wir mal. Wir scrollen mal ein bisschen rein. Und der hat hier mit den Nadelplagen zu tun. Jetzt geht der Gunnar hier ran. Ihr seht, der hat hier auch einige Effekte, glaube ich, gerade an. Der hat Reckless Attack, Great Weapon Mastery. Der ist und soll uns jetzt aber wurscht sein. Ich möchte euch jetzt einfach zeigen, die nehme ich jetzt auch mal raus, damit halt hier nicht so viel Kram ist. So, jetzt nehmen wir uns mal. Also das Wichtigste ist, wenn ich angreifen möchte, jetzt wäre natürlich erstmal die... Wir fangen mal mit der Twig Blythe an. So, die Twig Blythe nimmt jetzt den Gunnar ins Target. Dazu muss ich als GM Rechtsklick drauf machen und hier den als Target nehmen. Ihr als Spieler müsst, glaube ich, einen Doppelrechtsklick auf den Gunnar, müsstet ihr machen, um den ins Target zu nehmen. Oder aber ihr geht hier auf diese Zielscheibe, klickt die an und dann könnt ihr auch andere ins Target nehmen. Das Schöne ist jetzt, dass der sofort, seht ihr, das Target löscht. Und wenn ich hier drauf bin und das als SL mache und ich würde den jetzt auch ins Target nehmen, dann hätte ich jetzt beide ins Target. Kann natürlich auch sein, dass man das mal machen muss für einen Zauber oder so. Aber so habe ich jetzt Gunnar im Target. Und ich würde jetzt hier gucken, Inventar hat der Clown Multi-Attack. Heißt, er kann zweimal angreifen. Den Rest ignorieren wir jetzt mal. Also würde ich jetzt hier auf Inventar, auf Clown gehen, drücke da drauf, habe ich eine 15 gewürfelt. Der trifft den Gunnar. Und jetzt geht hier ein Dialogfeld auf. Jetzt kann ich entweder sagen, okay, das ist ein kritischer Treffer, dann würde ich auf kritischer Treffer würfeln. Oder aber ich mache auf normal. Hier kann ich auch noch einen situativen Bonus reinmachen. Öffentlicher Wurf umschalten. Ich kann hier noch anderen Schaden einstellen, falls sie mehrere Schadensformeln haben. Oder, ne, da oben kann ich nichts ändern. Wir machen jetzt mal einen normalen Schaden. Wir gucken mal, dem Gunnar geben wir jetzt mal 50 Punkte, damit wir es besser sehen. So, und jetzt drücken wir auf normalen Schaden. Er kriegt jetzt 12 Schaden, trifft Gunnar. Und ihr seht, hier wurden die 12 Schaden jetzt abgezogen. Ja, alles ganz automatisch, ohne dass ich jetzt da irgendwas machen musste. Es sind sogar noch mehr. Guck mal, der hat hier 4W6 plus 2, da hat er die 12 gemacht. Und dann hat er noch 2W6 plus 1 mit den Klauen. Machen die so viel Schaden, ich bin gerade selber etwas verwirrt. Das sind 21 Schaden und dann passt es auch mit den 29. Ja, so, dann wäre jetzt der zweite an der Reihe. Der würde seinen Angriff genauso machen und dann wäre Gunnar an der Reihe. Gunnar wäre natürlich jetzt nicht selber im Target, sondern der würde jetzt hier zum Beispiel die Plage ins Target nehmen und dann hätte er hier auch seine Sachen. Dann kann ich mit dem Breitschwert angreifen, mit der Handaxt. Oder er könnte jetzt im Prinzip auch irgendwie einen Trank oder sowas nehmen. Hat er jetzt aber gar nicht dabei, dann würde ich sagen, greifen wir einfach mal an. Geht ja auch eigentlich nur darum, hier kann ich sogar die Effekte auslösen, seht ihr. Dass die ganze Geschichte jetzt geht. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich jetzt auf Rage klicke. Genau, dann fragt er, soll ich die benutzen? Sag ich, yo, alles klar. Und jetzt macht er hier den Rage direkt rein, seht ihr. Jetzt hat er direkt den Zustand Rage bekommen. Und wenn der jetzt hier angreift, dann wird das auch berücksichtigt. So, der verfehlt leider. Wir greifen einfach nochmal an. Wir können es ja. Der verfehlt. Ne, der trifft. So, und jetzt können wir ihm Galle geben. Und das sind jetzt 2W6 plus 2 plus 4 plus 2. Ich kann auch irgendwie, wenn ich hier aufmache, sehe ich auch, was ich gewürfelt habe. Eine 7 plus den Rest. Und das wird eigentlich direkt von der Nadelplage abgezogen. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier aber auch gerade falsche Werte eingegeben. Von daher kann das jetzt schon sein, dass man das da jetzt nicht sieht. Ja. So. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Genauso, jetzt habe ich natürlich keinen, der zaubern kann. Ich gucke mal eben, wie das mit Zaubern aussieht. Wartet mal, Player. Wir nehmen mal die Lana rein. Die müsste auch irgendwelche Zauber haben. Da haben wir zum Beispiel brennende Hände. Können wir mal ausprobieren. Den nehmen wir mal raus. Und den nehmen wir mal rein. Und jetzt macht die Lana versucht mal brennende Hände. Habe ich jetzt selber noch nie gemacht. Ist jetzt wirklich ein Versuch. Brennende Hände. Und jetzt seht ihr, kriege ich direkt so eine Schablone, die ich hier auch drehen kann. Und jetzt kann ich gucken, ich nehme die so rein. Ich weiß nicht, ob ich so den Gunnar treffe. Ich glaube nicht. Klicke drauf. Und jetzt mache ich auf normalen Schaden. Und jetzt müssten eigentlich, genau, 3D6 Feuer. Und jetzt machen die Plagen, würfeln jetzt auch direkt ihre Rettungswürfe. Ihr seht hier, rettet mit 15, versagt mit 11. Und jetzt seht ihr, hier wurden auch die Punkte abgezogen. Und bei dem anderen auch. Aber wie gesagt, die haben normal, jetzt sehe ich auch, die haben nur 16 Trefferpunkte. Deswegen geht der Kreis jetzt hier nicht runter. Ich habe die irgendwie zu hoch eingestellt. Wenn wir auf unter 16 gehen, auf 10 zum Beispiel, dann seht ihr, dass da jetzt auch was passiert. Ja, und so haben wir den dann drin, den Zauber. Und können den danach hier auf dem Messwerkzeug draufklicken. Dann kann ich den wieder rausnehmen, die Schablone. Ja, so funktionieren Zauber. Genau so müsste jetzt eigentlich auch, hier muss ich wieder umschalten, Heilung und sowas funktionieren. Wenn ich jetzt den Gunnar heilen möchte, dann würde ich den ins Target nehmen. Zauber. Wo ist es? Wunden heilen. Normal. Dann müsste jetzt der Gunnar. Und die Ilana haben wir jetzt auch geheilt, weil wir die noch im Target hatten. Aber der Gunnar wurde jetzt mit vier Trefferpunkten geheilt. So, wenn ihr Fragen dazu habt, dann haut sie raus. Ich denke, das waren so wirklich die wichtigsten Mods, die ihr hier zum Spielen braucht. Und die euch das Leben einfacher machen. Und so eine ganz grobe Erklärung, wie das Ganze funktioniert, um einfach einen Einstieg zu bekommen. Ja, man muss danach so ein bisschen ausprobieren und mal rumprobieren. Aber das ist alles kein Hexenwerk, das kriegt ihr hin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Channel, damit ihr nichts verpasst. Wenn ihr uns so ein bisschen supporten möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr Patreons von uns werdet. Da kriegt ihr die Let's Play Folgen früher. Ihr bekommt die Folgen als Podcast. Und viele weitere Geschichten. Ihr könnt hier NSC-Namen vergeben und alles Mögliche. Ja, ich freue mich auf ein gutes Miteinander. Bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.